Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch. Unter Besprechung von They See You, einem neuen Horrorfilm, der jetzt am 06.06.2024 in den deutschen Kinos startet. Und es ist nicht irgendein Film, es ist ein Debüt-Spielfilm, nämlich von Ischana Sharmalan. Und wer jetzt denkt so, da klingelt doch irgendetwas, ja, darauf kommen wir später zu sprechen. Bevor wir das tun, aber erstmal ein herzliches Willkommen an den Werten Reno. Hallo Reno. Hallo Stu. Reno, sei ehrlich, wir kennen alle deinen Vornamen. Ja. Hast du vielleicht irgendwie filmaffine Verwandte oder bekannte Hollywood-Stars als Verwandtschaft? Heißt du vielleicht den vollen Namen Reno Spielberg oder Reno Hitchcock? Nee, den Namen hätte ich ja auch behalten. Das wäre mir bestimmt sehr zugute gekommen. Ja. Aber nein. Weil They See You, im Original heißt der werte Film übrigens The Watchers, ist das Kinofilm-Debüt von Ischana Sharmalan, der Tochter von M. Night Sharmalan, die zuvor für ihren Papa so ein paar Second-Unit-Arbeiten gemacht hat, unter anderem bei Old und Knock at the Cabin. Und jetzt halt hier ihren allerersten Spielfilm vorlegt, der basiert auf dem Roman The Watchers, der irischen Autorin A.M. Schein. Nee, Autor, nicht Autorin, pardon. Ja, es ist ein Herr. Ein Herr. Hast du den Roman gelesen? Ich wollte das tatsächlich jetzt vorher noch machen. Ich habe ihn hier auf dem Tisch liegen. Ich bin irgendwie aber dann leider kurz angebunden nur ungefähr zehn Seiten weit gekommen. Das heißt, ich kann nicht behaupten, dass ich das Buch gut kenne. Ich kann den Anfang irgendwie so abgleichen. Also der Plan war da. Es hat dann zeitlich nicht mehr hingehauen. Ich denke, ich werde es aber noch nachholen tatsächlich, weil mich interessiert, ob das sehr gleich oder sehr anders ist. Ja, aber war denn jetzt der Film Auslöser dafür, dass du das Buch auf dem Nachttisch hattest? Okay. Ja, ja, ich hatte das nicht auf dem Schirm, auch den Autoren nicht. Okay. Ja, das ist doch mal immerhin ein bisschen Einsatz. Das ist doch mal toll. Der Versuch von Einsatz. Ja, das ist okay, aber du kannst zumindest sagen. Ich finde, es gibt auch schon ein Sternchen. Ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, außerdem glaube ich immer noch, dass du vielleicht doch, dein voller Name vielleicht doch Rino Fincher ist. Deswegen bin ich immer ein bisschen netter zu dir als zu den anderen. Man weiß ja nicht, vielleicht lohnt sich ja doch noch. Ich hatte einen Papa, der war ganz groß in der Podcast-Branche. Moment mal, wie alt bist du? Das fragt man nicht. Das fragt man nicht genau. Was man aber fragt, wenn man einen Podcast zu einem Film macht, ist, worum geht es in diesem Film? Und du hast die Antwort. Uh, ja, okay. Okay, stell dir Folgendes vor. Du fährst im abgelegenen Nordirland in einen Wald rein, der laut Eröffnungssatz des Filmes auf keiner Karte verzeichnet ist. Was ich schon mal irgendwie suspekt finde. Weil wir sehen dabei Aufnahmen von so einem unfassbar weiten Waldgebiet, an dem offensichtlich auch Straßen vorbei und hineinführen. Und was wird man da jetzt auf die Karte tun, das irgendwie weniger verdächtig ist, als da einfach Wald draufzusetzen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, dieser Wald ist auf keiner Karte zu finden. Und da fährst du hinein und dann geben plötzlich all deine technischen Geräte, die irgendwie hilfreich wären, da Kontakt mit der Außenwelt zu halten oder so, den Geist auf, das Auto mit eingeschlossen. Und dann kommst du da nie wieder raus. Und genau das passiert in diesem Film der guten Dakota Fanning, die in diesem Film Mina heißt. Und nachdem sie sich, nachdem ihr Auto da liegen geblieben ist, mitten im Wald zu Fuß auf den Weg macht, stolpert sie über ein Gebäude, so einen unansehnlichen Betonklotz mit Bunkertür und mit so einer riesigen Spiegelfensterwand. Und in diesem Konstrukt befinden sich bereits drei weitere Leute, nämlich Georgina Campbell, die man, glaube ich, aus Barbarian zuletzt mehr oder weniger kennt. Oliver Finnegan, den ich nicht kannte, der aber anscheinend bei Out, nicht Outcast, Outlander dabei war. Und die mysteriöse Madeline, gespielt von, warte, jetzt habe ich den Namen gerade verpasst. Viel Spaß, ich habe ihn verformiert. Von Olven Fuere, 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 Du wolltest den Namen sagen, jetzt musst du ja durch. Die, die fast die aktivste ist, glaube ich, von allen. Die war bei Northman dabei und bei Mandy und bei Texas Chaser und Massacre und so weiter. Und genau, diese drei Leute sind da auch verwirrte, gestrandete Menschen. Die sind allerdings schon länger da und die warnen sie vor den Watchern. Das sind mysteriöse Wesen, die jeden töten und umbringen, der sich nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen in diesem Wald aushält, aufhält. Und durch dieses große Spiegelfenster, was da drin ist, werden sie Nacht für Nacht von diesen Watchern beobachtet. Deine Synopsis zeigt schon sehr deutlich, das ist ein Film, da muss man einiges hinnehmen. Wie zum Beispiel, wo ist dieser Wald genau, warum erscheint der so groß zu sein und trotzdem fällt es kaum jemandem auf, dass es diesen Wald gibt. Wer hat diese Festung da in den Wald gebaut? Wer sind diese Watcher überhaupt? Kann man der Madeline, der Ältesten da unter den Vieren, kann man der trauen? Dann gibt es vielleicht auch irgendwie Verräter da im Team. Es steckt wirklich sehr, 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 sehr viel drin. Und ich bin eigentlich auch keiner, der nicht bereit ist, so Sachen einfach hinzunehmen, wenn sie denn irgendwie funktionieren. Ich sag's aber gleich vorweg. They See You hat bei einer Laufzeit von ungefähr 100 Minuten, hat er für mich hochgerechnet, zwei Minuten, die ich spannend, die ich packend, die ich interessant fand. Uh, toughes Publikum. Ja, ansonsten hat er mich nicht verärgert, aber unglaublich kalt gelassen. Wie war's bei dir? Ja, ja, leider ja, bin ich ein bisschen bei dir. Also ich muss dazu sagen, ich fand dieses Anfangssetup, fand ich echt gut. Das hat mir auch echt Bock gemacht auf den Film. Also ich hab wirklich, wirklich mich gefreut drauf, den zu sehen. Ich find dieses Wald-Szenario sowieso geil, ich find den auch in dem Film echt atmosphärisch und gruselig inszeniert und umgesetzt. Es gibt so ein bisschen Blair Witch Feeling hier und da, das ist bestimmt auch nicht ganz unbewusst. Und das klappt schon ganz gut. Und auch dieses Mysterium, was ist das ja überhaupt? Das ist ein geiles Setup für irgendwie so einen Kammerspielfilm oder so irgendwie, oder so einen Schauspielerfilm. Und die sind auch nur zu viert und das schreit förmlich danach, da irgendwie was Spannendes draus zu machen. Und das gelingt nicht so richtig, bis, wenn man dich fragt, wahrscheinlich gar nicht. Ja. Ja, ich fand's auch schwierig. Es gibt halt wirklich, es gab einen Moment, da hab ich wirklich gedacht, okay, meine innere Gänsehaut springt gerade wirklich an. Und zwar, wenn man diese titelgebenden Watcher dann endlich mal so schäbenhaft, so siluettenhaft sieht und sie sich wirklich wortwörtlich vor uns aufbäumen und fast schon wirken, als wären es Baumstämme. Ja, als wäre es der Wald an sich. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist ein großartiger, ein toller Moment. Der wird gut aufgebaut, der wird gut durchgeführt. Aber das Problem ist halt, er hält sich nicht lange und danach verpufft er auch relativ schnell. Dazu muss man auch sagen, wie ich finde, es ist ein Schermalan-Film, auch wenn es die Tochter ist. Das heißt, es gibt einen Twist. Der ist, es gibt schlimmere Twists, es gibt bessere Twists. Ich hätte ihn nicht gebraucht, aber er ist halt drin. Vor allem muss ich sagen, dass die Auflösung, wer oder was die Watchers sind, ich möchte das jetzt hier nicht losposaunen, rausposaunen, aus Spoilergründen, weil es bestimmt noch Leute gibt, die das im Kino erleben wollen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber ich saß da und dachte, wirklich, okay, es ist mal was anderes, ja, als, was weiß ich, Sekten, Aliens oder einfach nur Halluzinationen. Aber so richtig mitreißend oder effektiv fand ich die Auflösung jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, tatsächlich, das ist so ein bisschen das Problem. Also auf der einen Seite halte ich das im Film echt zugute, dass er halt nicht einfach so eine J.J. Abrams Mystery Box ist und man sieht nie was und erfährt nie was. Nee, man erfährt genau, was die sind. Man sieht die mehr oder weniger gut, aber die sind auch ganz geil inszeniert, muss ich sagen, wie du auch schon meintest. Aber der bricht dann auch dieses klaustrophobische Kammerspiel-Setup und so, bricht der dann irgendwann ab und dann wechseln auch die Schauplätze und so. Und ab da ist es halt einfach nicht mehr wirklich irgendwie. Der Twist, ja, gut, das ist so ein Semi, also das ist nicht ein Twist, wo sich jetzt der ganze Film irgendwie draufhängt, glaube ich. Es ist nicht ein Sixth Sense Twist, der alles ist jetzt anders, aber der macht es einigermaßen spannend dann trotzdem noch. Aber hä, ja, da ist wirklich tatsächlich einfach die Luft schnell draus und ich frage mich, ob das einfach... Im Buch besser funktioniert, weil die da ein bisschen mehr Zeit haben, auf das Ganze einzugehen. Und hier, das ist zwar auch ein guter Teil immer, wenn ein Film nicht so irre lang ist und das finde ich bei dem besonders gut. Aber es ist dann doch irgendwie auch ein bisschen, geht ein bisschen schnell weg von diesem sehr coolen Setup, was sie haben und was dann draus gemacht wird. Also die Idee ist besser als, was dann draus, die Auflösung, sagen wir es so. Ja, und vor allem, es steckt ja zu Beginn auch so ein paar Sachen drin, die dann natürlich auch benutzt werden, um vor allem die Hauptfigur Minas auszuformen. Und dass sie ja, man kann ja auch sagen, dass diese Watchers ja auch wieder eine übernatürliche Abhandlung sind von Minas eigentlichen Problemen, die sie hat. Und weil wir kennen das aus Horrorfilmen, die Heldin oder der Held, die hat immer so ein Päckchen zu tragen und so auch Mina. Ich finde es auch ganz nett, dass da wieder das, wenn es gruselig sein soll, nimmt Zwillinge, sage ich mal. Ja, und freck sie in ein süßes Kleidchen. Genau, ich fand es auch ganz spannend. Der Film, du hast es schon gesagt, ist über weite Strecken fast schon ein Kammerspiel. Also wenn man diesen Wald jetzt auch mal als Kammer ansieht. Und es gibt wirklich wenig Figuren. Und selbst wenn es Figuren gibt, die außerhalb dieses Waldes vorkommen, sind sie oft so inszeniert, dass du sie zwar wahrnimmst, aber dass sie trotzdem immer wie aus dem Frame wirken. Also zu Beginn lernen, was heißt kennenlernen, ist jetzt übertrieben, aber sehen wir halt, wie Mina in dieser Tierhandlung arbeitet. Und der Chef gibt dir halt diesen Papagei mit. Und der Chef, du hörst ihn zwar und du siehst auch, was er reagiert, aber du siehst ihn irgendwie nicht. Und das haben sie ganz clever gemacht, aber irgendwie wirkt es dann auf mich so ein bisschen, ja, und das klingt jetzt ein bisschen fies und hämisch, aber der Film wirkt wirklich so ein bisschen, dass die Ischana Schermann das so gemacht hat, weil es Papa auch so gemacht hat. Ich meine es nicht böse, aber du könntest den Namen Ischana auch gerne mit M. Night austauschen. Du würdest, glaube ich, keinen Unterschied feststellen. Das ist wirklich, es wirkt auf mich wie ein M. Night Schermann-Film. Ja, sehe ich auch so. Also wird man tatsächlich auch jetzt, glaube ich, von der allgemeinen, wie der Film ankommt, wäre das auch nicht so anders wie ein Schermann-Film, wo man denkt, ja, eigentlich ganz coole Idee, aber ja, am Ende dann doch nicht ganz so wahnsinnig. Nee, ich hatte tatsächlich gehofft, dass die Tochter vielleicht ein bisschen wilder ist und ein bisschen ungestümer und ein bisschen was Krasseres macht vielleicht auch, aber nö. Und das muss man auch ein bisschen sagen, für einen Horrorfilm ist er sehr harmlos. Ja, also er hat tatsächlich eine FSK-16-Freigabe bekommen, die finde ich legitim, aber er dürfte auf keinen Fall erwarten, dass das jetzt ein großes Schlachtfest oder so ist. Nee, gar nicht. Wo er sehr rigoros ist, ist bei der, wie soll ich sagen, beim Verhalten einzelner Figuren, weil der Film ist so ein richtiger Erklärbär-Film. Gerade die Madeline, die ist eigentlich in der ersten Schule nur dafür da, wirklich alles zu erklären, was ja okay ist, aber da müsst ihr auch. Ganz stellen. Ja, und der Film ist mehr interessiert an Erklärungen als an Motivationen, weil es gibt im Laufe des Films der eine, der Junge, der Oliver Finnegan, Daniel heißt seine Figur, der macht eine total absurde Wendung in diesem Film, so von null auf hundert gefühlt. Also er ist ein Teamplayer und dann ganz plötzlich ist er kein Teamplayer mehr und ich habe nicht verstanden, woher das rührt. Das kam so ganz, ganz plötzlich und der Film erklärt es auch nicht. Das wirkte wirklich so, okay Leute, wir haben jetzt so eine Dreiviertel schon um, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Konflikt. Und das hat nicht funktioniert, das wirkte faul, das wirkte bräsig auf mich und vor allem merkte ich da auch schon zum ersten Mal, eigentlich ist mir das Schicksal der Figur noch ziemlich egal. Ja, und man kann jetzt auch nicht sagen, dass irgendjemand da was nicht gut macht, aber die haben einfach nicht wahnsinnig viel zu machen. Auch Dakota Fanning, da wird sich sehr bemüht, ihr eine Backstory zu geben, die dann natürlich auch irgendwie so metaphorische Parallelen hat zur Handlung. Und das ist schon ganz sinnig konstruiert irgendwie alles, aber nötig ist davon eigentlich nicht wirklich viel. Und irgendwie einen großen Einfluss auf das, was wir dann da sehen. Ja, es hat schon Bezüge auf die Handlung und so. Auch der Papagei ist eine Metapher irgendwie. Und ja, aber das ist nicht der Film, der jetzt da, wo man so viel Tiefsinn sucht eigentlich. Und das ist dann, obwohl es da ist, wirkt das alles schon sehr dümpelig an der Oberfläche. Ja, Problem ist halt irgendwie, dass er trotz allem immer so ein bisschen wirkt, als ob er gerne Tiefsinn nicht wäre, weißt du? Da stecken ja so viele Sachen drin, aber die, wenn du darüber ein bisschen genauer nachdenkst, da hält das einfach keiner Überprüfung stand. Und ich finde es ja okay, wenn die einfach sagen, okay, da ist dieser Bunker im Wald, in dieser riesigen Glaswand, das ist halt einfach so. Und die scheinen da auch irgendwie zu überleben, indem sie einfach Krähen jagen und essen, gut, von mir aus. Das ist okay, das hinterfrage ich nicht, aber dann kommt der Film halt an und erklärt mir alles. Und dann denke ich mir aber, aber die Erklärung macht hier hinten und vorne auch keinen Sinn. Denn das ist halt komplett mysteriös, damit kann ich mehr anfangen, als wenn du mir so eine halbkare Auflösung dahin klatschst mit Erklärungsversuchen, die aber auch keiner Überprüfung standhält. Weil so kam ich aus dem Film raus und dachte, okay, ich weiß jetzt im Prinzip, was da los war, aber so richtig befriedigend fühlt sich das nicht für mich an. Nee, genau. Und auch, ach, das hat mich direkt vom Anfang an auch gestört, dass wirklich sehr viel halt direkt im Dialog, ohne Subtext, einfach erzählt wird. Und das hat auch mitten in der Szene drin, da siehst du sie, wie sie da am Lagerfeuer sind und plötzlich dreht sich Madeleine um und sagt, ach übrigens, es gibt hier Regeln und die Regeln sind das und das und das und das und das. Das ist halt nicht, wie du im natürlichen Fluss von so einer Situation darüber redest. Das merkt man total. Also viele können, viele Filme und so können das noch so ein bisschen kaschieren und dann fällt das nicht so auf. Hier fällt es sehr auf. Ja, und vor allem, ich finde dieses Setting auch irgendwie, also es ist schon gruselig, aber irgendwann hatte ich mich auch satt gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwann fand ich diesen nebligen Wald auch nicht mehr so, so furchterregend. Na, obwohl ich finde, sie versuchen da doch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, es geht dann noch ein bisschen unter die Erde und so weiter und so fort. Das ist schon, es ist nicht nur dieser Wald und dann sind da auch ein paar extra Sachen. Aber es gibt auch Sachen mit denen, wo man dann denkt, ah okay, cool und dann wird damit nichts angefangen, wie zum Beispiel das Fahrrad, was ich finde. Viel spannender fand ich ja, dass sie da auch einen Fernseher haben, einen alten Fernseher, wo auch die Frage ist, wie wird der betrieben? Aber okay. Und mit dem Fernseher gibt es... Reality-Big-Brother-Verschnitt, die sie sich die ganze Zeit angucken. Und das fand ich total spannend, weil die werden ja, wie gesagt, beobachtet, ja, und dabei gucken sich diese Big-Brother-Sache an. Und das fand ich eigentlich ein total interessanter Punkt, aber auch daraus macht der Film eigentlich nicht. Das wirkt mehr wie so ein netter Gag. Und das fand ich sehr schade, weil, wie gesagt, auf dem Blatt Papier hat dieses Regiedebüt einiges zu bieten, muss ich sagen. Und wie gesagt, wenn du den Roman dann mal irgendwann gelesen hast, wäre ich sehr interessiert zu erfahren von dir, wo die Unterschiede sind und ob die Geschichte vielleicht als Roman, als Literatur vielleicht doch besser funktioniert wie als Kinofilm. Könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Also ich finde auch diese ganzen Parallelen und Metaphern und Subtexte, kann ich mir gut vorstellen, dass sie direkt aus dem Buch kommen und dass die da besser funktionieren. Zum Beispiel noch was anderes ist ja, dass Mina, also Dakota Fanning, eine Zeichnerin ist auch, die Leute zeichnet und beobachtet. Und da ist auch wieder so eine Parallele zwischen den Watchern. Sie ist jemand, der watcht und die wird dann gewatched und dann noch eben dieses Big-Brother-Ding. Und das versucht schon sehr, irgendwie alles so zusammenzufließen und die Fäden zu verstricken. Aber das ist alles eigentlich, für so ein Creature-Feature, was es eigentlich dann irgendwo ist, ist das alles gar nicht nötig. Nee, bestimmt. Leider eigentlich. Ja, leider. Also wie gesagt, dieser eine Moment, wenn du das erste Mal diese Watcher nicht komplett siehst, aber sie so erahnen kannst und sie es wirklich so aufbäumen. Das war ein richtig toller Moment. Du dachtest, oh okay, jetzt geht's los. Jetzt hast du mich, Film. Und dann, ja, liest er davon wieder ab. Das war wirklich schade. Wirklich schade. Ja, ein bisschen schade. Ansonsten, glaube ich, müssen wir hier nicht weiter spoilern, weil das bringt einfach nichts. Das würde der Besprechung auch nichts hinzufügen, weil ich glaube, unsere Meinung ist relativ gefestigt. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, können wir gerne zum Fazit kommen. Ja, hau raus. Okay, ich hau raus. Also, diese Ishana Shermanland tut mir ein wenig leid, weil natürlich ihr Film immer mit ihrem Vater verglichen wird. Was man verstehen kann, weil dieser Film fühlt sich einfach an nach Shermanland Senior. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, sie hat vermutlich diesen Film auch nur machen können, weil ihr Papa jeder auch produziert hat und mit Warner auch einen guten Deal herausgebracht hat. Und das ist ja auch ganz interessant, im August kommt ja mit Trap auch der neue M-Night-Shirmanland-Film. Das heißt, das könnte das Summer of Shirmanlands werden. Von daher, viel Spaß. Ich hoffe, dass Trap aber zumindest spannender wird als jetzt The Watcher, beziehungsweise They See You. Das ist kein Film, der mich verärgert hat. Wenn er mich verärgert hat, dann eher, dass ich dachte, ach, Menno, das ist doch, da sind so viele Sachen drin oder an diesem Film dran, die wirklich Potenzial hätten für eine gruselige Erfahrung. Aber letztlich kam ich da nach 100 Minuten raus. Ich will ehrlich sagen, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe mich aber auch nicht gegruselt. Ich hatte irgendwie gar nichts. Ich habe mir das angeguckt, relativ emotionslos. Dachte hin und wieder, hey, diese Madeleine-Darstellerin, deren Namen ich jetzt nicht sagen werde, die hat irgendwie eine coole Ausstrahlung, allein mit ihren langen grauen Haaren. Und Georgina Campbell mochte schon Barbarian, die ist auch irgendwie toll. Aber alles in allem, ist das ein Film, also wenn dieser Film in diesem Bunker wäre und ich wäre einer der Watcher, ich glaube, ich hätte nach 100, ich würde, glaube ich, am nächsten Tag nicht mehr zurückkommen und würde nicht, würde gucken. Ganz ehrlich, ich würde sagen, Jungs, mach dir was alleine. Ich, 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 ich bleib, ich gucke mir im Wald die schlafenden Eichhörnchen an. Das ist spannender. Deswegen von mir ganz klar, es ist keine Enttäuschung. Ich würde sagen, es ist eher eine Ernüchterung. Der Film wird auch, glaube ich, nicht viel reißen in den Kinos. Wenn doch, wäre es unfair, wenn man bedenkt, was heutzutage alles floppt. Ich, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand den nicht gut und würde jetzt sagen, den muss man nicht gucken. Und wenn ihr euch den angucken wollt, reicht auch das Warten, bis das dann irgendwann einen Streaming-Dienst hat. Rino, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich sehe das, sehe das ganz ähnlich. Ich finde, das ist, leider kann sie aus diesen Shyamalan-Fußstaffen, kommt sie irgendwie dann doch nicht raus. Also echt interessante Prämisse, sieht gut aus. Technisch fand ich einwandfrei. Eigentlich ist mir nicht wirklich was störend aufgefallen. Atmosphärisch inszeniert, geiles Setting und dann aber irgendwie stellt sich halt die Ernüchterung ein und der lässt einen dann einigermaßen kalt zurück. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich denke, wenn man irgendwie so ein bisschen so eine Connection zu Irland hat und so ein bisschen die Mythologie und so gut findet, dann würde ich sagen, vielleicht riskiere man einen Blick. Für Horrorfans an und für sich ist er dann auch einfach zu harmlos, glaube ich. Er ist nicht super gruselig, also er reißt irgendwie fehlende Blutfontänen dann auch nicht mit besonders viel Atmosphäre rum. Und irrsinnig gut konstruiert ist die Geschichte leider auch nicht. Die Schauspieler können nicht irre viel machen mit dem Material und würde ich tatsächlich auch eher sagen, vielleicht den skippen. Ja, wobei du hast das jetzt angesprochen, darüber haben wir noch gar nicht geredet, nämlich das irische Setting. Und ich muss ja sagen, ich finde, man merkt, dass die Regisseure oder die Macher keine Iren sind. Ja. Das wirkt so inszeniert, so inszenierst du nicht Irland. Das könnte auch irgendwie die Eifel sein oder der Harz oder der Brocken von mir aus. Aber es wirkt nicht wirklich eng. Das wäre doch mal was. Das wäre wirklich interessant. Wir hätten auch nach der Vorstellung ein paar Kollegen überlegt, eigentlich wäre mal so ein Folklorehorror in Deutschland ganz nett. Wir haben ja auch genügend Waldgebiete, die sich dafür eignen, aber gut. Stimmt, vielleicht gab es ja auch ein paar Versuche. Ich erinnere mich noch, aus meiner Heimatszeit, aus meiner Heimatsgebendtag gab es tatsächlich mal einen Versuch, so einen Folklorehorror zu verfilmen. Ich glaube, der ist, oh, wie hieß der nochmal? Ich komme nicht mehr drauf. Ich weiß es nicht mehr. Der war so semi-gut tatsächlich. Okay. Es ist dann auch oft eine Budgetfrage, glaube ich. Und wenn man nicht den Papa als Produzent hat, ist es halt auch schwieriger. Das stimmt. Okay, gut. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Könnt uns da gerne folgen, kommentieren und positiv bewerten. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Und wir haben auch einen wunderbaren Community-Server bei Discord. Einfach tele-stammtisch.de slash Discord. Und eigentlich haben wir diesen Link überall mittlerweile geteilt, wo ihr das finden könnt. Also es ist machbar. Wir würden uns freuen, wenn ihr da dazustoßen würdet. Dann könnt ihr ja auch mit Rino reden und ihn nochmal auf, ja, durchnehmen und dann werdet ihr erfahren, ob er vielleicht. Wird du was? Also nicht so durchnehmen. Also dann erfährt ihr, ob Rino vielleicht doch in Wirklichkeit Rino Fincher, Hitchcock Podolski heißt oder so ähnlich. Aber wie gesagt, jeder braucht ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis nimmt der Rino jetzt nicht mit ins Grab, aber zumindest in die Abmoderation, die hiermit beendet ist. Also ich sage vielen Dank nochmal, tschüss und dem Rino gebe ich das letzte Wort. Ich habe auch nicht mehr viel zu melden und deswegen sage ich einfach auf Wiederhören und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank.